willkommen zurück zu einer weiteren folge landschaftsablon 19 nordfriesel marsch ist fahrer fort mit der aussaat und der umgruppe kämpfung die er dann hoffentlich nicht kommt das du hast du hast du hast Dünger reicht nicht. Dann müssen wir gleich losfahren und was holen. Da müssen wir noch ein Silo errichten für Dünger. Da komme ich gerade so hin. Das Feld muss noch fertig werden. So. Woher wir uns hinsetzen? Den Silo. So. 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 Sobald die Ernte beginnt, kann ich mich endlich wieder auf mehr Geld freuen. So. 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 Ja, das ist gut. dann werde ich mal den großen auch schon mal hinfahren oder ein big back kann ich auch so denken was das voll alles reif und kann sich eine maschine leisten also schnell die möglichkeit maschinen kaufen sollte möglich sein ganz hinten an darum ist mehr platz und regieren sobald mission kann ich noch mal da muss man fällt 13 fällig sein die vögel sind frech tuten reagieren die wohnung so Delta Forts ich gehe ein wendet das ist auch nicht normal das ist nicht normal das kann doch ein fehler verursachen sein aber aktuell habe ich nur original maschinen von giants das ist wieder eine bahn wer weiß mal durch einschlagen gas, gas kurz einschlagen und ausschlagen gas 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 Vielen Dank. 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 Yeah. So... Ja. So... Das wurde... ... 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